Der Giftswerk Ein Märchen von Götz Wittneben Es waren einmal zwei Geschwister, Hans und Frieda, die lebten mit ihren Eltern in einem alten Bauernhaus, an denen der schönste Garten grenzte, den es weit und breit gab. Jede freie Minute nutzten die beiden, um in dem Garten zu spielen und den verschiedensten Pflanzen beim Wachsen und Wandeln zuzuschauen. So war der Frühling für sie die schönste Jahreszeit, wenn endlich wieder die duftende Erde aufbrach und Blume für Blume sich zur Sonne reckte. Märzenbecher folgten auf Schneeglöckchen, Tulpen auf Narzissen. Am allerprächtigsten entfalteten sich die verschiedenen farbigsten Rosen und hüllten den Garten in einen Duftreigen. Oft ahmten die Kinder mit ihren Armen die unterschiedlichsten Bewegungen nach, die die Pflanzen bei ihrer Entfaltung an den Tag legten. Am eindrucksvollsten entwickelte es sich im Spätfrühling der Fahnen, dessen Schneckenfarmen sie an einen Geigenhals erinnerte. Manchmal, wenn der Winter die Decke aus Blättern noch nicht hatte verrotten lassen, konnten sie sogar den Narzissen beim Wachsen zuhören. Abends, wenn alles still war, setzten sie sich dann auf ihren kleinen Hocker vor das Beet und lauschten, wie sich die Narzissen schubweise durch die trockenen Blätter hoben und dabei raschelten, als laufe ein Igel über die Blätter. Die Geschwister beließen es aber nicht nur beim Anschauen. Sie schnitten auch Verwäktes ab, lockerten den Boden auf oder schnitten Zweige ab, wenn die unteren Pflanzen zu wenig Licht bekamen. Im Garten standen auch zwei uralte Linden. An ihren stärksten Ästen hatten ihre Eltern Schaukeln angebracht, auf denen sie oft stundenlang schaukelten und sich gegenseitig Geschichten erzählten oder einfach nur die Seele baumeln ließen. In der hintersten Ecke des Gartens hatten sie aus totem Holz einen Haufen gestapelt und eine Igelfamilie dankte es ihnen. Für die Vögel hatten sie aus Ton eine Tränke getöpfert, die die Vögel auch als Badewanne benutzten. Sie sorgten gut für den Garten und jeder, der ihn betrat, spürte den Frieden, der hier herrschte. Eines Tages jedoch wurde dieser Frieden plötzlich gestört. Die Kinder waren wie jeden Tag nach dem Mittagessen in den Garten gegangen, um ein wenig zu schaukeln. Doch schon in dem Moment, da sie um die Hausecke bogen, hatten sie beide ein ganz ungutes Gefühl, das sie innehalten ließ. Frieda fasste Hans an der Hand und schrie laut auf, »Hans, schau die Tulpen! Und da, die Rosen auch! Sie lassen all ihre Köpfe hängen! Was ist bloß mit ihnen passiert? Es ist doch gar nicht trocken!« Langsam näherten sie sich den Blumen und merkten dabei, dass auch die Vögel aufgehört hatten zu singen. Eine bleiernde Traurigkeit hing über dem ganzen Garten und erfasste auch die Geschwister. Sie tasteten zur Sicherheit den Boden unter den Blumen ab, aber er war ausreichend feucht. Vorsichtig prüften sie eine Blüte nach der anderen, aber nirgends zeigten sich irgendwelche Hinweise auf eine Krankheit. Die Tränen traten den beiden in die Augen, weil sie sich völlig ohnmächtig fühlten, den Blumen irgendwie zu helfen. In ihrem Schmerz baten sie Gott, ihnen beizustehen und zur Hilfe zu kommen. Ohne ein Wort zu sagen, krochen sie in ihr Strauchversteck, in dem sie schon manche Geheimnisse ausgetauscht hatten. Sie setzten sich auf die zwei kleinen Bänke, hielten sich an der Hand und schwiegen. Plötzlich wurde es eigentümlich hell und warm in ihrer kleinen Strauchhöhle und vor ihnen stand ein wunderschönes Wesen, das nur eine Fee sein konnte. Mit einer engelsgleichen Stimme sprach die Fee zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich komme aus dem Land Agape und will euch helfen. Die Blumen in eurem Garten haben tatsächlich keine Krankheit, sie sind vergiftet worden. Aber von wem, fragten die Kinder, wer ist so gemein, dass er so etwas tut? Ein Giftswerk hat eure Blumen mit seinem Atem angehaucht, erwiderte die Fee, und alles, was von diesem giftigen Atem berührt wird, wird genauso hässlich und traurig wie der Giftswerk selbst. Er kann einfach keine Schönheit um sich herum ertragen, weil er dann neidisch wird und sich dann immer seiner inneren und äußeren Hässlichkeit bewusst wird. Aber wenn er noch länger in unserem Garten sein Unwesen treibt, wird das bald der traurigste Ort unter der Sonne. Können wir denn gar nichts gegen ihn tun? fragten die Kinder. Nein, antwortete die Fee, gegen ihn tun könnt ihr wirklich nichts. Aber ihr könnt etwas für ihn tun. Was? rief Hans empört. Wir sollen auch noch etwas für dieses Scheißsaal tun, das unsere Pflanzen vergiftet. Ich kann verstehen, sagte die Fee sanft, dass euch das befremdlich vorkommt. Aber in dem Land Agapit, dort, wo ich zu Hause bin, gibt es eine lilafarbene Blume, die heißt Methanoia, und ihr wohnt eine wundervolle Kraft inne. Derjenige, den man mit dieser Blume berührt, wird für immer verwandelt in ein gutes, hilfsbereites Wesen, und alles Schlechte und Hässliche fällt von ihm ab. Für immer. Könntest du uns eine solche Blume bringen? fragte Frieda. Das könnte ich schon, entgeht die Fee lächelnd, aber dann hätte sie nicht diese wunderbare Kraft. Diese entfaltet sich nur dann, wenn ein menschliches Wesen sie pflückt, das aus tiefstem Herzen wünscht, einem anderen Lebewesen zu helfen. Aber wie kommen wir in dieses Land Agape? Das ist doch bestimmt ganz weit weg, fragten die Kinder. Weit weg und doch auch ganz nah, sagte die Fee. Wäre dir bereit, mich jetzt gleich dorthin zu begleiten? Ja, das wären wir, nicht wahr, Hans? bandte sich Frieda an ihrem Bruder. Aber unsere Eltern werden sich Sorgen machen, wenn wir so lange wegbleiben, fügte sie hinzu. Macht euch darüber keine Sorgen, sagte die Fee. Die Zeit ist etwas, das nur ihr Menschen braucht, um euch in der Welt zurechtzufinden. Im Land Agape gibt es keine Zeit und darum wird hier nur ein winziger Augenblick vergehen, einem Wimpernschlag gleich, während ihr dort nach der Blume sucht. Seid ihr also bereit? Dann gebt mir eure Hand und habt keine Angst vor unserer Reise, sprach die Fee, während sie die Kinder gütig anblickte. Und im gleichen Augenblick wurde das Licht um sie herum, so hell wie die Sonne selbst, und alle drei wurden mit einem leichten Ruck in das Licht hineingezogen. Schwerelos glitten sie durch einen Tunnel von Farben, die nicht einmal der schönste Regenbogen hätte hervorbringen können. Jede Farbe wurde dazu von einem wunderbaren Ton begleitet, und dieses Zusammenspiel von Farben und Tönen tauchte die Kinder in ein Gefühl tiefer Geborgenheit ein, wie sie es nur aus frühesten Kindheitstagen kannten, wenn sie in den Armen der Mutter selig einschliefen. Allmählich begannen die Farben in ein himmlisches Blau überzugehen und sanft landeten sie am Ufer eines maragdfarbenen Sees. Die Helligkeit, in die die Landschaft ringsum eingetaucht war, ähnelte der eines wolkenlosen Sommertages, und dennoch vermochten die Geschwister keine Sonne am Himmel zu sehen. Warum scheint hier keine Sonne, und es ist doch so hell wie bei uns im Sommer, fragte sogleich Hans, während er noch mit weit geöffnetem Mund um sich blickte und sich inmitten einer Traumlandschaft wähnte. Ihr befindet euch im Herzen des Landes Agape, das allumfassende Liebe bedeutet. Alle Lebewesen hier sind mit sich und ihrer Umgebung in Einklang und Harmonie, und darum brauchen sie keine Sonne von außen. Sie strahlen von innen. Selbst das Wasser und die Erde geben hier Licht ab. Aber wovon leben die Lebewesen hier? Was tun sie? Was arbeiten sie? Wollte Hans wissen. Arbeit, so wie ihr es auf der Erde kennt, ist uns hier unbekannt. Jedes Lebewesen lebt davon, den anderen zu dienen und dadurch an Schönheit zu gewinnen, antwortete die Fee, kniete sich am Ufer nieder und schöpfte und trank ein wenig von dem klaren Wasser. Sie bedeutete, den Kindern ist ihr gleich zu tun, und die ließen sich nicht zweimal bitten, nur doch dieses Wasser förmlich selbst dazu ein, getrunken zu werden. Es schmeckte leicht süßlich und derart frisch, dass die Kinder mit jedem Schluck spürten, wie diese Frische sich in ihrem Leib ausbreitete. Und lag bis eben noch die grünbunte Landschaft friedlich und still da, so hörten sie auf einmal ein leises Gesungen von Stimmen. Ja, es war ihnen, als könnten sie leise Musik, sogar gesungene Lieder ausmachen. Die Gesichter der Kinder drückt ein derartiges Erstaunen aus, dass die Fee lachen musste. Vielleicht hätte ich euch vorher sagen sollen, der Fremde, der von diesem Wasser trinkt, kann die Welt so wahrnehmen, wie wir es können, nämlich so, wie die Welt wirklich ist, sagte die Fee freundlich und ihre Lachfalten neben den Augen sprangen hervor. Alles ist lebendig und beseelt, selbst die Felsen dort hinten an der Klippe. Die Welt ist wie ein großes Orchester und die Harmonie, die ihr hier spürt, rührt daher, dass hier jeder das ihm zugedachte Instrument annimmt und zur Vollkommenheit bringen will, während auf der Erde die meisten lieber das Instrument ihres Nachbarns spielen wollen und über Unzufriedenheit die Schönheit des Klanges ihres eigenen Instruments nicht hören können und wollen. Alle Lebewesen, ob Pflanze oder Tier, also nicht nur Menschen, sprechen hier miteinander und ihr könnt das nun hören. Ihr werdet auch euch schnell daran gewöhnen und es wird euch bald vorkommen, als sei es nie anders gewesen. »Heißt das, dass wir jetzt mit Blumen und Bäumen, Igeln und Vögeln sprechen können?« fragte Frieda ganz aufgeregt. »Ja«, antwortete die Fee schlicht. »Aber nun zu dem eigentlichen Zweck unserer Reise. Die Blume Methanoia wächst am Rande der Sümpfe dort oben auf einer kleinen Hochebene. Ihr werdet sie unschwer an ihren unzähligen lilafarbenen Blütenblättern erkennen, die spiralförmig angeordnet sind. Wenn ihr eine entdeckt habt, so erzählt ihr, warum ihr gekommen seid und weshalb ihr sie gern mitnehmen möchtet. Sie wird dann selbst entscheiden, ob ihr sie pflücken dürft. »Wirst du denn nicht mitkommen?« fragten die Kinder wie aus einem Munde. »Nein, ihr braucht mich hier nicht zu eurem Schutz, denn nichts wird euch hier in Gefahr bringen. Ich werde hier auf euch warten und ein wenig nachdenken.« entgegnete die Fee und strich den Kindern übers Haar. So machten sich die Kinder auf den Weg und es war ihnen trotz der tröstenden Worte der Fee noch etwas unbehaglich bei dem Gedanken, sich von ihr zu entfernen. Da nun nirgends ein Pfad durch das grüne Pflanzendickig zu sehen war, flüsterte Hans seiner Schwester zu. »Wie sollen wir denn da durchkommen, ohne eine Machete?« »Wir werden euch den Weg freimachen«, drang eine sanfte Stimme an ihr Ohr. und tatsächlich bogen sich Bäume und Büsche vor ihren Augen auseinander, sodass sich vor ihnen ein Pfad hinauf zur Hochebene eröffnete. »Vielen Dank«, antworteten Kinder und schritten nun mutig bergan. »Willkommen im Land Agape«, er kamen hohe glockenartige Stimmchen von allen Seiten und erst nach einer Weile erblickten die Kinder, unzählige kleine Wesen, die mit Flügeln versehen und so zart waren, dass die beiden sofort erahnten, wer sie da umgab. Lauter kleine Elfen, die ihnen freundlich zuwinden. Von so vielen liebevollen Wesen umgeben, schwand ihnen auch ihr letztes Fünkchen Furcht. Oben angekommen, erblickten sie die Hochebene als ein Meer von farbigen Blumen und die Farben waren so leuchtend, dass ihnen ihr eigener Garten dagegen fast blass erschien. Dazu war die Luft erfüllt mit den herrlichsten Düften und es erschien ihnen, als hätten sie bis dahin nie wirklich gerochen. Überall flatterten handtellergroße Schmetterlinge herum, die in ihrer schillernden Farbpracht mit den Blumen wetteiferten. Es dauerte auch nicht lange, da hatten sie die erste Methanaja entdeckt und liefen freudig an den Rand des Sumpfes. Wie sie die Fee geheißen hatte, begrüßten sie die wunderschöne, erhabene Pflanze und erzählten ihr die Geschichte vom Giftswerk, der die Blumen ihres Gartens durch seinen Atem vergiftet hatte. Nachdem sie mit der Schilderung ihrer Reise nach Agape geendet hatten, sagte die Blume, ich werde sicher alle hier vermissen, aber eine solch ehrenvolle Aufgabe, einen Giftswerk zu verwandeln, will und kann ich mich nicht entziehen. So pflückt mich denn ab und nehmt mich mit euch. Vorsichtig pflückten sie Methanaja und Hans legte sie sich behutsam in den Arm, so wie man einen Säugling trägt. Und obwohl sie etwa so groß war wie ein Baby, war die Blume doch federleicht. Wieder bereiteten Büsche und Bäume ihnen ein Pfad durch das Grün und sie winkten nun von sich aus den Elfen zu. Kommt bald wieder, riefen die Elfen und führten sie und führten wie von Geisterhand geordnet auf Blättern und Ästen ein Ballett auf. Das war so wunderschön anzuschauen, dass die Kinder einfach innehalten mussten, bis der traumhafte Tanz der Elfen geendet hat. Hans und Frieda bedankten sich bei den Elfen und auch bei den Bäumen und Büschen für ihre Freundlichkeit und versicherten ihnen, dass sie sehr gern einmal wiederkommen würden, wenn die Fee sie mitnehme. Die Fee erwartete sie schon. Man konnte ihr ansehen, dass sie in Gedanken versunken gewesen war. Hans, der ihre letzten Worte noch im Ohr hatte, fragte sie dann auch gleich, worüber hast du denn so lange nachgedacht? Ich habe mich entschlossen, euch ein kleines Geschenk mitzugeben, aber nur, wenn ihr es auch wollt, antwortete die Fee. Oh, ich liebe Geschenke, rief Frieda aufgeregt. Was ist es denn? Ihr habt doch von dem Wasser getrunken und konntet dann die Bäume sprechen hören und die Elfen tanzen sehen, begann die Fee. Normalerweise würdet ihr diese Fähigkeit bei der Rückkehr nach Hause wieder verlieren. Aber wenn ihr mir versprecht, es nur solchen Menschen zu erzählen, die ein gutes Herz haben, dann sollt ihr auch in eurem Garten und überall mit Pflanzen und Tieren sprechen können und jene Wesen sehen, die euch bei eurer Pflege des Gartens behilflich sind. Gerade jetzt sind Elfen bei euren Blumen und sprechen ihnen Trost zu, dass es ihnen bald wieder besser gehen wird. Würdet ihr also das Geschenk annehmen wollen? fragte die Fee. Die Kinder waren zutiefst gerührt und antworteten, Oh ja, bitte, das wäre die größte Freude, die ihr uns machen könntest. Das Leben im Garten wäre nochmal so schön. Dann soll es nach eurem Willen geschehen. Aber vergesst nicht, es ist ein Geschenk und es darf nur zum Nutzen und zur Freude aller Lebewesen dienen. Und nun gebt mir wieder eure Hand, damit wir uns auf die Reise begeben können. Und wieder erstrahlte beim Klang ihrer letzten Worte das sonnengleiche Licht um sie und sie wurden emporgehoben. Im Tunnel der tausend Farben und Töne hätten die Kinder am liebsten die Zeit angehalten, um unendlich lang dort zu verweilen, denn es war einfach unbeschreiblich schön. Viel zu schnell war die Reise beendet und sie fanden sich alle drei im Strauchversteck des Gartens wieder. Und wie die Fee gesagt hatte, war im Garten offensichtlich gerade nur ein winziger Augenblick vergangen, denn die Sonne stand noch immer an derselben Stelle wie vor ihrer Reise. Da ihr nun alles sehen könnt, was lebt, werdet ihr den Giftswerk bald entdecken, sagte die Fee. Und weil er nicht weiß, dass ihr ihn sehen könnt, wird er auch sich keine Mühe geben, sich vor euch zu verstecken. Tut aber trotzdem so, als würdet ihr ihn nicht sehen und einfach an ihm vorübergehen. Wenn ihr dann ganz dicht bei ihm seid, berührt ihn mit Metanoia und lasst euch überraschen, was dann geschieht. Mit diesen Worten verabschiedete sich die Fee und versprach, sie bald einmal wieder zu besuchen. Die Kinder hatten Tränen in den Augen, als die Fee jedem noch einmal liebevoll über die Wange streichelte und dann in einem warmen, hellen Licht vor ihren Augen verschwand. Dann krochen sie aus ihrem Versteck und schauten sich nach dem Giftswerk um. Und tatsächlich entdeckten sie ihn vor dem Tulpenbeet und hörten, wie er die armen Blumen beschimpfte und verhöhnte. »Jetzt seid ihr mindestens so hässlich wie ich und niemand wird euch gerne mehr anschauen!« krächzte er mit giftiger Stimme. Die Kinder schauerte es bei seinem Anblick und dann nahmen sie doch allen Mut zusammen und taten so, als schlenderten sie durch den Garten. Und wie die Fee gesagt hatte, kümmerte der Zwerg sich überhaupt nicht um die Geschwister, weil er sich für unsichtbar hielt. Hans hielt Methanoyer fest in der Hand und als sie sich ihm auf einen Schritt genähert hatten, drehte sich der Zwerg plötzlich zu ihnen um und schaute sie mit seiner grässlichen Fratze grimmig grinsend an, während seine hervortretenden Augen böse blitzten. Mitten 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 seine Nase trug eine riesige Warze, wie sie die Kinder sonst nur aus Erzählungen von bösen Hexen kannten. Geistesgegenwärtig riss Hans die Hand hoch und berührte den Giftsberg mit Methanoyer direkt im Gesicht. Mit einem lauten Heulen strauchelte der Zwerg auf sie zu und blieb dann auf einmal wie angewurzelt stehen. Oh, oh, wie ist mir? Was ist das für eine Kraft, die da durch meine Glieder fährt? winselte der Wicht. Und war er zuvor die Ausgeburt an Hässlichkeit und Bosheit, so sahen die Kinder nun, wie sich das Gesicht des kleinen Wesens glättete und die große Warze auf seiner Nase verschwand. Er streckte seine Arme aus und auch seine fellartigen schwarzen Haare wandelten sich in einen hellen Pflaum. Was habt ihr mit mir getan? Seid ihr etwa Zauberer? fragte der Zwerg die Kinder. Er hatte nämlich gemerkt, dass sie ihn offenbar sehen konnten. Ich fühle mich so vollkommen anders, als sei ich ein anderer Zwerg und nicht der Gift Zwerg, den alle fürchten. Was hat das zu bedeuten? Und während er das sagte, drehte er sich um und sah die Blumen an, die er dort immer noch traurig ihre Köpfe hängen ließen. Oh, es tut mir so leid, dass ich euch das angetan habe und das alles nur, weil ich eure Schönheit nicht ertragen konnte. Bitte, bitte verzeiht mir. Wie kann ich das nur wieder gut machen? wimmerte der Zwerg. Berühre jeden Blüte mit der Blume mit Hanoia, riefen die Elfen, die nun aus ihrem Versteck hervorgeflogen waren. Sie hat dich verwandelt und sie wird auch die Rosen und Tulpen und alle anderen Blumen wieder zu neuem Leben erwecken. Hans reichte dem Zwerg mit Hanoia und der berührte nun jeden einzelnen Blütenkelch mit einer solchen Vorsicht und Hingabe, als sei er selbst eine Elfe. So richteten sich die Blumen nicht sondern begannen zu jubeln und in einer nie dagewesenen Weise zu leuchten. Und je mehr Blütenköpfe sich aufrichteten, desto mehr begann der Zwerg zu strahlen. Und als die letzte Rose aufgerichtet war, wandte er sich wieder den Kindern zu und sie sahen, dass alle seine Hässlichkeit verschwunden war und er einen liebevollen Gesichtsausdruck bekommen hatte. Du musst dich jetzt einmal selbst anschauen, sagte Frieda und führte ihn zur Vogeltränke. Dort schaute der Zwerg in das Wasser und sah sein Spiegelbild. Schaute rannen ihm die Freudentränen über die Wange und tropften in die Tränke, wovon das Wasser anfing, Smaragdfarben zu leuchten. Der Zwerg umarmte die Kinder und drückte sie lange und lange und von dem Moment an waren sie die besten Freunde und der Zwerg entwickelte sich zum besten Gärtner unter der Sonne und die Geschichte seiner wundersamen Heilung und Wandlung wurde in der ganzen Tier- und Pflanzenwelt weitererzählt bis auf den heutigen Tag. Tag.